Prostige Saisoner draußen willkommen zu einer live folge sky PvP mit hier den anderen sechs Leuten mit Lucas mit Final Reverse mit has cooler mit hungriger Affe mit OuthanGalaxy mit Adam the faint z1unlegit Grüße geht raus an euch alle auch an alle die gerade im stream sind wir sind mal wieder auf tomaten kraft nach ewigkeiten und es fängt an wie es aufgehört hat mit fucking tnt und man stirbt direkt vor der kurz gestorben tut mir leid es ist verrückt muss irgendein capture lösen ja genau du musst einfach das capture schnell machen und das tutorial oder einfach mal rejoinen dann meine ich hast das schon durch das tutorial ist eigentlich sinnvoll wenn man aufs server kommt um das mal eben alles zu verstehen so hast du da mit seinem hässlichen tnt und ich bin schon wieder da war correct ist not allowed it's a premium server ja tomatenkraft ist kein crack server wie zwerion die ultimis wie blogs mc das müssen die leute verstehen aber naja so ist es halt lang ist es her dass wir echt hier waren und es ist ein sehr sehr schönes gefühl wirklich tomatenkraft in my opinion einer der most underrated server generell und und einfach mal auf dem server und einfach mal drauf naja leck der stream alter bitte nicht scheiße leck der stream welchen sagen gerade fehlermeldung naja so viel dazu das passiert gerne mal bei live aufnahmen dass man pc dabei doch ein bisschen schlechter ist aber das ist egal ich wollte echt dass ich schon direkt rager ne wirklich ich gehe hier straight auf die insel ich bin tot ich bin tot von hinten von vorne von der seite basic 7x7 auch auf server gejoint jetzt sind schon neun leute drauf sehr wild also wie gesagt kommt auf jeden fall mal hier drauf und es ist sehr wild auch endless pvp geiler server geiler server spiel so das würde ich sagen auch mal austesten ich weiß es ist nicht oft dass hier bei user drauf sind auch so blöd oder so traurig es klingt aber joint einfach mal drauf wenn die user drauf sind join noch andere user drauf das ist immer so weit tomaten kommt immer 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 und hier kannst du auch easy unterrüstung spielen wie oft wäre wie auf blogs mc einfach reinlaufen naja so ist das präfix und guck zack direkt der zehnte user drauf auf entspannt an der war meint er lief direkt warum auch immer so young tak max zu einfach in pvp und fallen in reverse hat sich das gerade bei mir gedacht und da habe ich direkt die karma stelle des todes kassiert naja perfekt an der stelle da kann ich schon gar nichts mehr zu sagen so young tak max hat ender pearl damage und gewinnt trotzdem gegen mich unfassbar jetzt aber die worte sprachlos in skype pvp ja besser ist das besser ist das young tak max es kommen die bow hits und er ist die ja ich flippe gleich ehrlich mache gleich backflip in meinen schreibtisch wer kommt jetzt von hinten vor den rivers es kann nicht sein es kann nicht sein dass ich hier ständig so gefickt werde hungriger affe auch jetzt er nein das akzeptiere ich nicht so erst auf hungriger affe auch er muss ja schon wieder sein muss das spieler sein wenn aber gerne kurz ins stream schreiben oder hier in game chat ob der stream weiterhin flüssig läuft und ich bin gerade wieder bei todes lost lost und sprachlos in skype pvp der überlebt einfach ja geil meine ender perle geht durch und ich bin tot also was soll ich da noch sagen also ehrlich jetzt reicht doch langsam was mache ich hier ich bin am spawn wir rüber geht ich bringe runter hungriger affe so nicht jank tak max so nicht wenn es jetzt auch hier drauf was geht ist flüssig perfekt sobald sofern alles gut läuft bin ich zufrieden aber zufrieden bin ich gerade nicht so es wird mal zeit wie das witzigste das opeste feature hier es ist einfach fucking tnt womit ich mich einfach gerade selber umgebracht habe da kommen ruhiger affe es ist einfach peinlich gerade dass ja digger alter ehrlich jetzt muss doch nicht sein kommt direkt auf etwas neues bamm rüber sind hier jank tak max ist auch hier jank tak max stirbt jetzt aber bamm alter jungen hier siehst du wer hier besser ist war nämlich du der grinch oh er passt noch ja den hit von hinten bekommen wäre gestorben aber was soll ich sagen hungriger affe komm 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 mach bumm mach bumm mach bumm er hat überlebt das ist nicht wahr max im brunnen max im brunnen überlebt schon wieder ozen galaxy von hinten oder ich raste gleich richtig aus glaube fall in reverse cheated also digger hier hacken haa alle auf dem server gerade hast du da das ist der hacker des jahrtausend wirklich entweder der schlechteste pvp oder der hacker des jahrtausend so basic ja ich kriege gleich anfälle ehrlich jetzt die explosion barbaba kommt ich ein damage alter einmal der match besser ich hab dich gesehen keine bösen wörter naja genau so ist richtig die minecraft da muss man auch mal erziehen bitte kommt die enderpearl ab bitte 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 oh mein gott wie auch das immer geschehen konnte dass ich hier drauf konnte oreo jetzt auch im stream was geht ab machen gerade live aufnahmen auf tomaten kraft oreo auch so ein tomaten kraft und freut mich auch dass du mal wieder hier bist so hungriger affe jetzt kommt die rache von young fuck max digger ich kriege gerade wirklich aggression glaube ich die besseren hits oder kommt wieder max es ist nicht mehr wahr es kann nicht mehr wahr sein komm jetzt einmal hier tnt attacke so da sollte doch jetzt immer mal down gehen jawoll direkt double kill alter shit ist too easy kommt direkt weiter hier zack 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 ja basic komm her und tschüss und hochiger affe tschüss und hasbula den habe ich nicht bekommen aber ein 5er killstreak kann man sich nicht beklagen ja jetzt auf aggressiv bei bestes equipment rausholen so zack 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 jetzt jetzt wird rasiert alter jetzt wird rasiert und jetzt irgendwer anders mit dem verfickten equipment auf dem server kommt da drehe ich durch da kommt jetzt machen wir hier mal ein paar kills alle eigentlich one hit würde ich mal behaupten vorerst aber heißt ja nix ich muss aber halt trotzdem aufpassen dass ich nicht irgendwie hier runter gekickt werde deswegen ich bleibe hier ganz entspannt in meinem bütchen und one hitte alle erst mal um farme hier mal ein paar kills und da kommt schon das tnt so macht aber kein damage weil ich habe op-apfel na komm werde ich aber explosionsschutz besser auf die rüssel machen müssen so zack elber killstreak wer sind hier lukas hungriger affe verzieht ich verzieht euch wenn mich jetzt hier tötet gleich ehrlich ich verzeihe euch nie im leben nimm einfach mal einen regenerationstrank machen wir hier mal ein bisschen tnt hin tak aspulasch rage quittet ich habe kein speed getrunken mit schloss so 20er killstreak jetzt kommen die alle mit tnt alter einfach hier attentäter auf einmal oh mein gott ich habe es noch wieder bekommen wie habe ich das geschafft alter schwede oh mein gott habe ein teil gefunden glück gehabt oreo kommt auch auf tomaten kraft ist auch 25er killstreak und es wird immer mehr und ich bagge hier oh mein gott einmal gerade ein gäbe essen wir sollten auf jeden fall weiterhelfen es war großes risiko großes risiko oh mein gott nicht mit mir so nicht zack 30er killstreak weil wenn wir jetzt noch 50er schaffen das wäre geisteskrank max auf luk rené macht den richtigen ein 30er move gute ist für euch ich habe keine stärke 2 mehr aber sind alle trotzdem relativ schnell gedamaged durch einen hit und mein krasser bow hilft mir weiter aber meine rüste geht gar nicht gut nicht gut diese was mache ich hier schnell hier wieder schnell wieder rein oh mein gott bitte fünf kills brauche ich noch vier drei zwei das sollte reichen jawohl 50er killstreak oh mein gott jetzt kommen sie alle jetzt kommen sie alle ich bagge oh mein gott was mache ich was mache ich was mache ich ich bin so schlecht ich bin so schlecht ich bin so schlecht ich bin so schlecht okay ich bin einmal ehrenlos und gehe zum sparen oh mein gott was habe ich hier gemacht alter ehrlich kann ich fixen nee ich glaube ich gehe gar nicht ganz echt fix egal scheiß drauf ich kämpfe so lange bis meine rüste da und so kommt 60er killstreak das muss es jetzt sein meine brust ist dauer aber ich habe jetzt ein gold brust und zaubertische so sparen so ist das es kommt sofort nein das mache ich nicht mit das mache ich nicht mit direkt den nächsten gap fressen direkt den nächsten gap fressen oh digger 66er oh slash ec gibt es nicht guck mal auf diesen riesen screen am spawn da ist die energess sehr geil ganz anders gemacht als sonst überall na komm othen galaxy hier mit den dicksten eiern heute nein ich bin tot oh mein gott oh mein gott 100er killstreak kriege ich das irgendwie noch hin vielleicht ich weiß es nicht es wird sehr schwierig weil meine rüste immer mehr kaputt geht oh nein oh nein ich bin down und basic killt mich mit einer 75er killstreak alter schwede das kannst du keinem erzählen gg an der stelle aber naja so ist das halt ne ich hoffe das video hat euch bis hier gefallen wenn ja lasst gerne daumen nach oben da abonniert falls ihr das noch nicht getan habt kurs geht raus an alle die hier mit drauf gezockt haben während dem stream sehr sehr wild war hat auf jeden fall bock gemacht leider keine items bekommen ja ich glaube ich bin noch gestorben ja quasi beim übergang hier zu anderen inseln aber naja was willst du machen jackfack max ist der nächste der da und ist jetzt hat die elterstich easy die ihr equipment dem bruder jetzt mit tt mal an oder mit schadenstränke kann man jetzt auf jeden fall machen ja kommen wir zwar hier clever basic ich habe doch schaden auch digga ist so machen äh digga es ist nicht wahr was mach ich denn wir machen mal hier den und holen einmal vergiftung gehen jetzt hier von der seite auf die map ich weiß zwar nicht wo jetzt der bruder ist aber der ist anscheinend dahinten ich hoffe er ist der match ich hoffe er ist jetzt der match es facken dürfte gereicht haben hoffentlich ich komme an er hat nichts sie wo wirklich sie wo ich dachte der vergiftungstrank hätte sie getroffen aber gibt halt noch mal rüber ich packe muss doch nicht sein jawohl da ist er down alter und jackfack max noch hinterher ach geil alter das war ein richtig guter guter kill also ich werde langsam ein bisschen sauer ne galaxy ich werde noch nicht sauer jetzt habe ich wieder gutes equipment soweit aber ich sterbe jetzt eh im moment und überlebe oh mein gott wie habe ich das schon wieder geschafft oh nein hilfe 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 golem und jackfack max glück gehabt jetzt geht es hier noch mal ein bisschen ab ist doch ganz okay immer in die errüstung noch mal ein paar kills hier machen oder auch nicht gg das war es mit dem video bis jetzt beim nächsten mal wieder haut rein euer luk und ciao